ja was geht ab die leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von call of duty war es geht weiter so links ist nichts rechts ist nichts ja mach mal ob noch jemand am leben ist finden wir es heraus hoffen wir es wir finden sie kämpfen crazy look okay ich kann mir also nicht rein Das was du machst? Oh shit. Warum ballerst du da? Keine Ahnung. Was du da für uns? Okay. Was du da für uns? Ich krieg keine neue Munition, das ist ein bisschen bitter gerade. Komm mal auf den Shit. Was, 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 was? Ja, scheiß auf Schatten. Ich hab' die Feuer, was? Was hab ich vor, Jungs? Kurze Frage, wie stehen die Chancen, dass diese Leute noch leben? Das können wir erst im Kommandozentrum wissen. Äh, hoch. Zum Kontrollraum geht es hier lang. Mist, das Ding ist verriegelt. Verdammt. Ich will nicht so etten wie der. Heck aus Nissen. Entdeckung bleiben. 11 Uhr. Shit, 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 shit. 1 Uhr. 1 Uhr. Der Heß hat mich da. Ich hab dich. du dich? 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 Nice, 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 nice Kann ich ihn durchhalten, Jungs, durchhalten Der kommt zu mir Warum? Die kommen zu mir rüber, nicht ich zu denen Shit Sonne, Sonne, Sonne Nicht gut, nicht gut Oh shit, shit Komm schon, komm schon, komm schon, bitte Let's go the fuck in Sie denken, das waren alle? Wäre zu schön, um wahr zu sein Jep, das wäre es Ja, ich habe diesen Schock drüber leider von den Kameraden von mir komplett erwischt Das ist verrückt Kann passieren, aber... Sollte nicht, aber... Naja What's next? Sicher Alles sicher Captain Ray, es sehen Sie mal, das könnten unsere Zivilisten sein Ja, das sind sie Und wo sind sie? Na, Landegebiet über den Minen Du hattest recht, Captain So, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen Okay Ich erstatte der Red ein Lagerbericht Gut Wer gehört Wir schaffen diese Leute hier raus Die Mine ist genau vor uns Geradeaus Gehen wir Let's go Aber habt ihr irgendwo eine Waffe, Alter? Irgendwo ein Muni oder so? Was ist das für eine Waffe? Achso, okay Could work Könnte funktionieren Ach, scheiß drauf Ich finde, ich habe keinen Schock... Oh, da habe ich keinen, ja Ab dies, Jungs Mir geht die Munition aus Das ist kein gutes Zeichen Seitdem ich kriege jetzt... Oh ja, danke Haben wir hier? Perfekt Unser Dunkelziel Feindliche Maschine gesichtet Drei Verfalle an Feindliche Maschine gesichtet Angriff V6 Erdgeschoss Zoll Ruhr Auch Out Das war eine Explosion zu fiel Das ist mein größtes Problem, die explodieren, dann bekomme ich ein Problem Wait a second So geht doch Greife Feinde an Ich will mal kurz noch versuchen Funktioniert das? C6 Auf dem Steg 1 Uhr Verpiss dich Das ist so mies, dass diese Dinge explodieren können Das ist so mies, wenn du auf so einem kleinen Radio bist, du hast keine Chance Feindliche Scharfschüsse Auf dem Steg 1 Uhr Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Oh Feindliche Scharfschüsse Auf dem Steg Toll fuhr Wo bin ich? Ey, ich habe hier keine Chance Das Arial ist mir jetzt mega zu klein Das Arial ist mir mega zu klein gerade Ich habe hier nicht gemerkt Ich habe hier eine ganze Zeit Das ist mir grad mega zu klein der Dario Das ist mir egal, das Gebiet wird gleich von mir kontrolliert Jesus Christ So, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Hier hoch? Ne, doch hoch. Wir müssen rüberspringen. Oh man, musste das jetzt sein? Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Multi-Pution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Wir haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin warm. Wir wollen keine Unfälle. Ich bin Commander Nick Reyes. Wir werden sie retten. Oh, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts. Hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen? Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mechs haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch Sie. Der Landeplatz ist da draußen. Geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen Sie hier weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bringe Sie zum Schalter, Captain. Aber mehr nicht. Fieber. Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden. Ich bin in Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rollläden. Glaubst du? Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Nein, weiß ich nicht. Landet ohne Offenfieber. Nutze den Schatten. Du Outbrainer. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Spät sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Bezug. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Lange. Helfer. Ruh. Oh. Ja. Schock. Landezone Offenfieber. Nutze den Schatten. Du Outbrainer. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Feuern sobald bereit. Feiert sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Meiner, wir haben Bedrohung! Das ist eine ganz heiße Nummer gerade. Uaaaaaah! Das ist eine Krone, das ist eine Krone. Komm! Ist die noch hier weg? Bewegt euch! Für den Transporter! Los! Los! Der Sprengt von Ihnen hoch! Hatsi Captain! Hier! Geben Sie Deckung! Ja! Ja! So liebe Leute! Was kannst du machen? Bei der nächsten Folge von Call of Duty Infinite Warfare. Bis dahin! Haut rein! Und Tschüss! Ja! 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 Ja!